Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video habe ich zwei Notebooks. Einmal hier rechts ein Acer Travelmate 250. Das hatte ich in einem anderen Video schon gezeigt. Das läuft hier rechts. Das war das Notebook mit dem problematischen Akku. Und hier links habe ich ein HP Notebook. Das ist nagelneu. Das ist aus dem Jahr 2003. Das ist aus dem Jahr 2018. Und das schraube ich jetzt auch mal auf. Und da zeige ich mal die grundsätzlichen Unterschiede zwischen den Notebooks aus dem Jahr 2003 und aus heutigen Geräten. Wie sich da die Hardware entwickelt hat, wie sich da die Techniken beim Bau vom Notebook verändert haben und wo da die grundlegenden Unterschiede heutzutage sind. Wenn man sich so Notebooks anschaut, dann sehen die natürlich alle relativ ähnlich aus. Egal ob alt oder neu. Die klappt man auf. Das sind irgendwelche schwarzen, grauen Kästen. Und die unterscheiden sich einmal in der Prozessorgeschwindigkeit, kennt man ja, in der Größe der Festplatte. Oder dann auch im Betriebssystem, je nachdem was drauf ist. Das ist aber nicht alles. Also wenn man die aufschraubt und sich die Konstruktion mal anschaut, dann stellt man fest, da gibt es doch ganz gewaltige Unterschiede. Und da hat sich im Laufe der Zeit einiges getan. Hier rechts habe ich mein Acer aus dem Jahr 2003 und hier links, da habe ich ein HP aus dem Jahr 2018. Und wenn man sich das Innenleben mal anschaut, dann sieht das auf den ersten Blick relativ ähnlich aus, aber auch nur auf den ersten Blick. Ein gravierender Unterschied bei den Notebooks ist der Prozessor, die CPU, einmal in der Geschwindigkeit und natürlich dann auch in der Energieaufnahme. Hier drüben habe ich ein Pentium 4, das ist ein 2,6 GHz Prozessor. Der ist hier zu sehen auf der rechten Seite, der ist gesockelt. Und hier links habe ich einen Prozessor, der ist hier auf dem Mainboard aufgelötet von dem HP Notebook aus dem Jahr 2018. Und das ist ein AMD, ein E2-9000E. Das hier ist das offizielle Datenblatt von Intel zu der CPU aus dem Rechner von 2003. Und der hat hier einen Kern und hat eine Verlustleistung von 62 Watt, das ist schon enorm viel. Das Notebook braucht ein Netzteil mit 120 Watt, das heißt ungefähr die Hälfte von der Leistung des Netzteils geht schon mal für den Prozessor drauf. Und das ist auch nur ein Durchschnitt. Es kann sein, je nachdem welche Anwendung man da hat, dass hier noch mehr Energie benötigt wird. Also der Prozessor war hier sehr leistungshungrig, entsprechend heiß wurde der auch. Und da hat es hier so einen riesen Lüfter. Das hier ist der Lüfter und das Kühlelement aus dem Acer von 2003. Der ist richtig schwer und auch richtig groß. Ähnlich Lüfter hat man natürlich teilweise heute auch noch in Gamer Notebooks, aber das war ja kein Gamer Notebook hier gewesen. Das ist mehr so ein Mittelklasse Notebook. Das ist eher gedacht damals gewesen für irgendwelche Office-Anwendungen. Und da sieht man einmal hier, wo der Prozessor hier aufgelegen hat. Dann hat es hier eine Heatpipe, die geht hier raus. Und hier hat es den Ventilator, der die Wärme dann hier rauspustet. Und das geht dann hinten aus dem Notebook raus. Hier habe ich dann mein AMD Notebook. Das hat den AMD E2000 9000 E Prozessor. Der ist hier unten drunter. Das Notebook ist natürlich auch ein Mittelklasse Notebook, also auch kein Gaming Notebook. Genauso wenig wie das da drüben früher eins gewesen ist. Und was hier auffällt, hier gibt es überhaupt keinen Lüfter mehr drauf. Das ist ein lüfterloses Notebook. Hier gibt es nur ein Kühlblech. Das ist hier dieses. Und das ist einfach nur hier so ein bisschen lackiert. Sieht aus wie ein Lüfter. Das ist ein ganz normal ganz dünnes Blech nur. Und wenn ich hier den Lüfter mal drauflege, hier von dem anderen Notebook, dann sieht man ungefähr so die Dimension. Hat man einen schönen Größenvergleich. Auch von der Dicke her. Das ist natürlich hier ein bis zwei Zentimeter dick. An der Stelle eher zwei Zentimeter. Und hier hat man so ein dickes Blech. Hier drüben seht ihr das Datenblatt von dem AMD Prozessor von dem neuen. Der hat eine Verlustleistung von nur 6 Watt. Habe ich hier mal eingekreist. Thermal Design Power heißt es hier. TDP. Also nur ein Zehntel der Verlustleistung von dem Intel Pentium 4, für den dieser Lüfter benötigt wird. Mein Pentium 4 Notebook hier drüben braucht ein 120 Watt Netzteil. Das ist so eins zum Beispiel. Das ist jetzt ein Ersatznetzteil mit 120 Watt. Das Original Netzteil war ja nicht dabei. Und dieses HP Notebook hier, das braucht nur ein 45 Watt Netzteil. Das ist das Original Netzteil, was bei dem neuen Notebook dabei ist. Und so sieht man hier schon mal die Größenunterschiede. Und das hier ist 75 Watt leistungsstärker. Und die gehen fast alleine hier schon für den Prozessor drauf. Mein 15 Jahre alter Pentium 4 Prozessor hier drüben. Der hat nur einen Kern und eine Geschwindigkeit von 2,6 Gigahertz. Hier der neue AMD, der hat zwei Kerne und eine Geschwindigkeit von nur 1,5 Gigahertz. Ist also ein bisschen langsamer. Aber im praktischen Betrieb macht sich das wahrscheinlich nicht bemerkbar. Aber unabhängig davon, ob der eine Prozessor schneller ist oder der andere, das ist ja eigentlich praktisch ganz egal. Die meisten benutzen diese Notebooks ja eh nur für Internet. Mal einen Brief schreiben oder irgendwelche Fotos ausdrucken. Diese ganz normalen Haushaltssachen, die man da hat. Und da braucht man natürlich keinen Prozessor, der hier drüben alleine 60 Watt an Wärme abgibt. Und die müssen ja auch gekühlt werden, diese Prozessoren. Und deswegen der große Kühler. Entsprechend laut sind diese Pentium 4 und waren diese Pentium 4 früher auch gerade in einem Desktop-Rechner. Wenn man die eingeschaltet hatte, hatte so ein Pentium 4 HT da drin. Da ist erstmal der Lüfter angelaufen. Das war tierisch laut und auch im Betrieb nicht besonders angenehm. Neben den technischen Leistungsdaten vom Prozessor sieht man auch hier bei den meisten älteren Geräten waren die Prozessoren gesockelt. Die konnte man rausnehmen. Entweder hier mit einem Sockel, mit einem Hebel, das man dann einfach so hier rausnehmen konnte. Mit der Hand oder manchmal waren die auch aufgedrückt und konnte man rausziehen. Das hier ist aber ein ganz normaler Prozessor für einen Desktop-PC. Das macht man heute natürlich nicht mehr, dass man normale Desktop-CPUs in Notebook einbaut. Hier drüben gibt es einen Artikel auf Wikipedia, da geht es um den Pentium M. Der wurde ab 2003 entwickelt. Also ab diesem Datum ungefähr. Das sind spezielle CPUs für Notebooks. Und diese CPUs, die haben eine wesentlich geringere Verlustleistung. Also Intel hat das Problem auch erkannt mit der Wärme. Und die heutigen CPUs, wie auch hier in dem Gerät, das sind halt spezielle CPUs für Notebooks. Die WLAN-Karten, die haben natürlich auch einen erkennbaren Fortschritt gemacht. Hier drüben in dem 2003er Notebook ist eine WLAN-Karte von Intel drin. Das ist eine 54-Megabit-WLAN-Karte, also relativ langsam, ist in einem Mini-PCI-Steckplatz. Und hier drüben ist ein Mini-PCI-Express-Steckplatz, deutlich kleiner. Und die Karte kann 433 Megabit, so ungefähr. Und ich glaube, in der ist auch noch Bluetooth mit eingebaut. Wenn ihr mehr über diese PCI-Express-Mini-Karts und die ganzen Slots hier wissen möchtet, dann schaut mal hier bei Wikipedia. Da gibt es einen guten Artikel drüber. Die Links, die findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Viele neuere Notebooks, die haben, wenn man die aufmacht, noch so freie Slots. Da kann man teilweise SSDs einbauen, teilweise kann man auch andere Karten reinstecken. Mir ist aber aufgefallen, dass das alles nicht so 100% kompatibel ist. Das wird auch teilweise im Internet so dargestellt. Also nicht jede Karte, die man einbauen kann in diese PCI-Express-Mini-Slots, die funktioniert da auch. Was sich in den letzten 15 Jahren gar nicht geändert hat, das sind die Lautsprecher, die in so einen Notebooks drin sind. Das sind immer Stereo-Lautsprecher. Ganz einfache Lautsprecher sind das hier bei diesem neuen Acer. Einmal hier einer rechts, also hier steht ein R dran. Das Notebook muss ja rumgedreht werden. Das ist die rechte Seite. Dann gibt es hier eine Einheit links, die wird ganz normal angeschlossen hier in die Hauptplatine. Hier bei dem 15 Jahre älteren Notebook ist es genauso. Hier ist dann der linke Lautsprecher und hier drüben bei R dann der rechte. So sieht das in der Nahaufnahme aus. Hier ist der linke Lautsprecher bei dem alten Notebook. Das ist eine Plastikeinheit, die ist hier reingeschraubt. Und das hier ist dann der entsprechende Lautsprecher bei dem neuen Notebook. Auch nicht viel anders. Einfach nur hier reingesetzt. Und das ist so ein bisschen auf Gummipuffern gelagert, damit das hier nicht vibriert. Es gibt eigentlich ganz selten Notebooks, die Surround Sound haben. Ich hatte schon ein paar gehabt und da war ein spezielles Soundsystem drin, stand zumindest auf dem Notebook drauf. Aber hat sich auch nicht anders angehört als jetzt diese hier, diese ganz normalen Stereo-Lautsprecher. Ein ganz gravierender Unterschied, was sich da geändert hat, das ist natürlich hier der Controller für die Platte und für das optische Laufwerk. Bei den alten Geräten war das noch ATA, Parallel-ATA oder IDE. Bei den neuen ist es alles S-ATA und am deutlichsten sieht man das hier bei dem optischen Laufwerk. Das ist das optische Laufwerk aus dem 15 Jahre alten Notebook. Das hat einen Parallel-ATA-Anschluss und diese neuen Laufwerke, die haben alle S-ATA. So sehen die verschiedenen Laufwerke in der Nahaufnahme aus. Unten das alte Laufwerk mit diesem kleinen Parallel-ATA oder IDE-Stecker. Der passt eigentlich nur bei diesen optischen Laufwerken auf Notebooks drauf. Sonst habe ich den noch nicht irgendwo gesehen. Im Desktop-PC findet man sowas nicht. Und oben dann dieser Slimline-ATA-Anschluss. Den findet man hauptsächlich bei optischen Laufwerken in einem Notebook drin. Gibt es aber auch einen Adapter. Da kann man so ein Laufwerk auch in einem normalen PC anschließen. Das ist ganz herkömmlich, S-ATA, nur ein bisschen kleiner. Zu dem Thema optische Laufwerke ausbauen und recyceln in einem PC hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Das seht ihr hier drüben. Den Link findet ihr auch unten in der YouTube-Videobeschreibung. Die Festplatten haben sich natürlich auch verändert. Einmal hat es hier eine 2,5 Zoll Platte mit einem IDE-Anschluss, mit einem Atapi-Anschluss. Also mit Parallel-ATA, wie man das hier sieht, mit den Pins hier dran. Und das sind natürlich alles auch SATA-Platten heutzutage. Oder wie bei diesem Notebook hier. Da ist es eine SSD. Das ist eine SSD mit einem Mini-PC-Express-Anschluss. Der aber hier auf so einen Adapter aufgesteckt wird, auf SATA. So sieht das also in der Nahaufnahme aus. Rechts unten dann der IDE-Anschluss von der alten Platte, 15 Jahre alt. Oben drüber liegt da eine neue Festplatte. Klar, so kennt man die. An der Größe hat sich da relativ wenig geändert. Die sind immer noch relativ groß. Und ganz links dann eine entsprechende SSD mit SATA-Anschluss. Die gibt es teilweise auch mit Parallel-ATA, also mit IDE-Anschluss für so ganz alte Notebooks. Sind aber relativ selten. Aber die existieren tatsächlich. Und in der Mitte dann bei dem neuen HP-Notebook ist es eine ungefähr 250 GB große SSD. Die hat diesen PCI-Express-Anschluss. Die steckt aber in einem Adapter drin, sodass es aufs Notebook geht. Und das ist ein SATA auf PCI-Express-Adapter. Die kann man auch ausbauen und kann da eine normale Platte einbauen. Habe ich ja auch schon ein Video zu gemacht. Das findet ihr auch unten in der YouTube-Videobeschreibung. Wenn man sich jetzt diese vier Systeme mal nebeneinander anschaut, dann stellt man fest, dass der Sprung von IDE auf SATA zwar was in der Geschwindigkeit gebracht hat, ist auch einfacher anzuschließen. Aber dennoch sind beides große Kästen auch mechanisch. Und danach kamen ja die SSDs. Die waren ja ungefähr so in dieser Größe ab 2010 auf dem Markt. Die sind natürlich immer noch recht globig. Wenn man das mal hier auf dieses neue Notebook drauflegt, dann wirkt das irgendwie wie ein Fremdkörper da drauf. Also das hier ist schon das 9 Plus Ultra. Also vergleicht man jetzt mal hier so eine Mini-PCI-Express-SSD mit so einem großen Kasten hier, dann wirkt die normale 2,5 Zoll SSD auch schon ganz schön antiquiert. Wenn ihr noch ein Notebook habt mit einer IDE-Platte drin, also so wie diese hier, und wollt da eine SSD einbauen, um das ein bisschen zu beschleunigen, dann hat man ja meistens das Problem, dass die Platte wie jetzt hier auch in so ein Gehäuse reingeschoben wird. Da braucht man einen Adapter, das passt da alles schlecht rein. Aber einige Adapter gibt es. Eine normale 2,5 Zoll SSD kann man hier, wie man sieht, ganz schlecht einbauen. Da hat es den an den Anschluss und wenn man einen Adapter davor macht, dann passt es nicht mehr mechanisch in das Gehäuse rein. Deshalb gibt es hier solche Adapter-Platinen. Da kann man dann entweder eine MSATA-SSD, diese hier, oder auch manchmal so eine M2-SSD hier draufstecken, auf diesen Adapter und kann das dann ins Notebook einbauen. Dieser Adapter hier ist von MSATA auf SATA drauf und die gibt es aber auch mit MSATA oder M2 auf IDE. Der Vorteil von solchen Adaptern ist, dass man auch alte SSDs recyceln kann. Also das hier fällt schon in die Kategorie alte SSD. Die hat einen MSATA-Anschluss, der ja eigentlich nicht mehr neu unterstützt wird oder in irgendwelchen Notebooks drin ist. Hier bei diesem ist zum Beispiel eine M2 drin. Da würde hier meine, in Anführungszeichen, alte SSD gar nicht mehr reinpassen, obwohl die wahrscheinlich genauso schnell ist wie die neuen hier. Da kann man sich so einen Adapter dann besorgen und kann die hier reinstecken und kann es dann entweder hier einbauen oder in ein anderes Notebook einbauen oder mit einem Paralleladapter auch in ein ganz altes Notebook. Der Geschwindigkeitsvorteil von solchen SSDs, gerade hier im speziellen Fall von dieser M2 SSD, der ist natürlich gigantisch. Da braucht man gar nicht näher drauf eingehen jetzt. Das kennt wahrscheinlich jeder. Da hatte ich vorhin Windows 7 drauf installiert und danach das kostenlose Upgrade auf Windows 10 gemacht. Das funktioniert übrigens immer noch. Und das ging alles rasend schnell hier. Also da braucht man überhaupt keine Benchmarks laufen zu lassen. Das ist gar kein Vergleich. Bei den RAM-Modulen hat sich meines Erachtens relativ wenig getan. Hier in dem alten Notebook sind schon DDR-RAM-Module drin, DDR1 sozusagen. Ich dachte eigentlich sind es DRAM-Module, aber da sind so die ersten DDR-RAM-Module, die rausgekommen sind. Das sind nur 256 MB-Module und die haben 2,5 Volt in den neuen Rechnern hier drüben. In dem HP, da ist es ein 4 GB-Modul. Das hat 1,2 Volt. Wenn ihr euer Notebook erweitern wollt, ein anderes RAM-Modul oder ein zweites RAM-Modul einbauen wollt, dann müsst ihr genau schauen, welches es ist. DDR1, DDR2, DDR3 oder DDR4. Da gibt es auch verschiedene Spannungen. Es gibt DDR3-Module, die haben 1,5 Volt und welche haben 1,3, 5 Volt. Die sind untereinander nicht kompatibel. Muss man am besten hier gucken, was auf dem alten Modul draufsteht. Tippt das mal hier in Google ein. Da kriegt man meist die technischen Daten irgendwo angezeigt auf irgendeiner Seite und kann sich das teilweise hier bei Wikipedia anschauen. Da gibt es verschiedene Artikel, die sind sehr gut. Da sind auch die einzelnen Module beschrieben. Den Link, den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wenn man das Acer unten am Boden aufschraubt, da ist eine kleine Klappe. Da sieht man so eine Platine hier. Da habe ich mich jetzt eben auch gefragt, was soll denn das sein? Es ist vielleicht der Inverter für den Bildschirm, aber das habe ich noch nie gesehen, dass der im Notebook drin ist. Er ist ja meistens mit dem Bildschirm verbaut. Da hat es hier noch ein Gefahrensymbol vor sich, elektrischer Schlag. Und die Platine, die kann man hier ausbauen. Und ich habe mal nachgegoogelt und das ist tatsächlich die Modem-Platine. So sieht die Platine auf der Rückseite aus und so sieht dann die Vorderseite aus. Das ist hier der Stecker für die Hauptplatine. Und hier geht so ein kleines Kabel raus. Und hier unten kommt dann der Stecker rein von der Telefonleitung. Und dann hat man hier ein 56K-Modem. Hat man zum Glück heute nicht mehr. Ist auch wirklich super langsam gewesen. Und das braucht kein Mensch mehr. Wenn man sich die Hauptplatine mal anguckt hier links, dann stellt man fest, dass die grün ist. Hellgrün im Gegensatz zu der rechten hier von dem neuen Notebook. Die ist eher dunkler. Und das ist auch so ein Trend gewesen bei Hauptplatinen. Egal ob bei Notebooks oder bei Desktop-PCs. Die wurden in den letzten 10, 15 Jahren immer dunkler. Und hier drüben sieht man noch eine helle von den dunklen sozusagen. Bei einigen Herstellern wie Asus oder Gigabyte sind die fast schwarz. Was mein altes Notebook hier noch hat, das ist ein sogenannter PC-Kartenslot. Genauer gesagt, da sind zwei Stück davon. Die sind übereinander. Das ist hier dieses Fach. Da konnte man so Karten reinschieben. Die sahen so aus. Das waren entweder Modemkarten oder die gab es auch als Soundkarte. Oder andere Erweiterungskarten. Das sind dann also solche kompakten Karten. Die werden hier neben reingeschoben. Dieses Notebook hat zwei Plätze übereinander. Das war auch meistens so der Fall gewesen. Und hat man das hier reingeschoben. Und schon war das fertig installiert. Genauso wie in der Karte, die man im PC eingebaut hat, konnte man hier zwei Karten einbauen. In diesem Checkkarten-Format. Oder ein bisschen größer war das dann. Und hier neben kam dann zum Beispiel ein Kabel raus. Das war damals gar nicht mal so unpraktisch. Das war eigentlich richtig gut. Hat sich aber nie richtig durchgesetzt. Der Nachteil war, die Karten waren immer relativ teuer und teilweise teurer als externe Geräte. Das ist eine Modemkarte. Die war damals teurer als ein externes Modem. Insofern haben die meisten sich auch für Notebook ein externes Modem gekauft. Hier drüben gab es noch andere Erweiterungskarten. Da konnte man zum Beispiel sein Notebook aufrüsten von USB 2 auf USB 3. Das war ganz einfach. Man hat diese Karte hier reingeschoben. Das hier ist ein bisschen schmäler. Das ist der Nachfolger von dieser PC-Karte hier. Das nennt sich hier Express Card 34. Sieht ein bisschen anders aus. Ist aber auch so ähnlich. Das hatten dann die Notebooks gehabt. Irgendwann wurde das ganz abgelöst von USB 3. Auf Wikipedia findet ihr auch einen guten Artikel zu dieser Thematik, zu den ganzen Karten. Und was für Standards es da gab. Den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Den gravierendsten Unterschied, den die Notebooks gemacht haben, da ist natürlich im Bildschirm zu sehen. Einmal habe ich hier drüben bei dem alten Notebook noch einen 4 zu 3 Bildschirm. Bei den neuen Notebooks hier bei dem HP ist es ein 16 zu 9 Format. Und ich habe das auch mal ausgemessen und mal nachgerechnet hier drüben, welcher größer ist. Ich habe die Größe der Displays mal nachgemessen. Und das HP Notebook hat ein 672 Quadratzentimeter großes Display. Das ist 15,6 Zoll. Und das Acer Display ist 701 Quadratzentimeter groß. Also ungefähr 4 Prozent größer. Je nachdem, was man macht, ist natürlich das eine oder das andere Display besser. Wenn man Filme guckt oder spielt, ist so ein Breitbild-Display meines Erachtens ein bisschen geeigneter. Andererseits, wenn man im Internet surft, ist das ein bisschen störend, dass in der Vertikalen nicht so viel drauf passt. Da habe ich sowas eigentlich lieber. Bei den Tastaturen ist mir aufgefallen, dass die Tastatur hier aus meinem Acer Notebook gar nicht mal so schlecht ist. Die ist zwar genauso klapprig wie die Tastaturen heute. Insofern hat sich da an der Qualität nichts getan. Aber die hat einen Vorteil. Den sieht man erst beim zweiten Mal hinschauen. Und der liegt darin, dass die relativ wasserdicht ist. Und zwar ist hier unten einmal eine Folie drüber. Und bei neueren Tastaturen ist das sehr oft nicht mehr. Da hat man hier prima Löcher. Also wenn man irgendwas hier draufkippt, irgendeinen Kaffee oder sowas, dann läuft er hier dummerweise durch die Tastatur durch in das Notebook rein. Und die Tastatur ist auch auf diesem Weg kaputt gegangen. Das ist hier bei meinem alten Notebook so ohne weiteres nicht möglich. Ein gravierender Unterschied bei den Displays ist auch die Form der Hintergrundbeleuchtung. Die hat sich also gänzlich geändert in den letzten 10, 15 Jahren. Hier drüben diese alten Notebooks und auch teilweise noch Jahre später, die haben alle noch einen Inverter gehabt. Das ist dieses kleine Teil, was unten am Display dran ist. Die Hintergrundbeleuchtung, die bestand hier aus Leuchtstoffröhren. Einmal hier oben eine und einmal hier unten eine. Und da hat man so einen Inverter für gebraucht. Die Leuchtstoffröhren, die hier in den Notebook-Displays drin waren oder auch in den Monitoren damals, die haben deutlich mehr Leistung gebraucht und auch eine höhere Spannung als die heutige LED-Hintergrundbeleuchtung. Und die hat der Inverter hier geliefert. Der hat dann die Gleichspannung aus dem Akku oder vom Netzteil umgewandelt in eine Wechselspannung mit teilweise mehreren 100 Volt. Da muss man also auch sehr aufpassen, wenn man da irgendwas ausgetauscht hat. Neuere Displays sehen so aus, also von vorne unscheinbar und von hinten sieht das meistens so aus. Die sind hier hinten meistens alle weiß mittlerweile, haben hier unten eine Platine und hier einen entsprechenden Anschlussstecker. Und die werden einfach hier mit diesem Stecker angeschlossen. Also die haben diese Extrakabel, wie man die hier sieht, nicht mehr. Und die werden einfach ausgetauscht. Die haben eine LED-Hintergrundbeleuchtung. Da ist hier unten ein Streifen mit LEDs drin und hier oben auch. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen, wie sich die Notebook-Technik so entwickelt hat vor 15 Jahren und wie sie dann heute ist. Wenn ja, gebt dem Video einfach einen Daumen hoch und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Schaut mal unten in die YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr die ganzen Links zu den Artikeln, die ich gezeigt hatte. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die unten in die Kommentare. Da antworte ich gerne drauf. Hier drüben seht ihr die Seite tooltime.de. Besucht die einfach mal. Da gibt es noch hunderte andere Artikeln mit Fotos, Bildern, Tipps und Tricks zum Thema Windows, Notebooks, Handys, Monitore. Zum Thema Drucker, wie man die in Stand setzt, Retro-PCs. Schaut euch da einfach mal um. Da sind mit Sicherheit auch noch jede Menge Sachen für euch dabei. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert. Wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und in Stand setzt. Von Canon, Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal. Da sind auch noch jede Menge Videos für euch.